Lautstärke? Doch, doch, geht, glaube ich, von der Lautstärke sogar. Ah, das Licht habe ich nicht an, deswegen sehe ich so komisch aus. Ähm, egal. Wir hatten hoffentlich gespeichert nach der... Ja, genau. Okay, genau, die CPU Cycles mit F, Ctrl F, L, ja, 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 30%. Besser. Okay, ähm, nun... Da wartet schon mal nichts Böses, glaube ich. Da hier doch schon. Ähm... Und vielleicht erst wieder ein wenig in die Steuerung reinkommen. Ich glaube, sie sind nicht mehr so im Griff. Oh, einer von den Bösen. Okay, warte. Ah, das Level werden wir sofort neu starten. Ah, der Maul. Ja, da unten sind noch weitere Filme, habe ich schon gesehen. Aber wo genau? Da! Na ja, na ja, wie? Wenn wir jetzt noch genug Leben bekommen und so. Hätte ich natürlich auch einsetzen können. Ja, Zielsuche der Raketen. Oh, ja, genau das meinte ich. Leertaste für Raketen. Normalerweise ist, äh, in modernen Spiels ist ja... Spielen ist ja Leertaste zum Steigen. Okay, hier geht's schon mal runter. Das werden wir uns später ansehen, denke ich. Boing. Kann übrigens auch Schaden machen. Ja, so nicht. Oh, oh. Das sind doch Driller. Ja, und wie? Oh Gott. What? Peace, 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 peace. Okay. Ähm. Ähm. Ihr habt ihr Waffen, ja. Irgendwas kann ich hier auch benutzen. Ey, geht auch in Deckung, der Sack? Nein. Also, du lebst immer noch. Ich bin gleich kaputt. Und die ekligen Driller von der anderen Seite, ich glaube zumindest, das sind Driller. Ja. Jep. Okay, ähm. Ja, das versuchen wir gleich nochmal, nicht wahr? Ja, okay. Der Blech-Bubi war zur... Linken, rechten. Linken, rechten. Linken, rechten. Oh, ich sehe, ich habe den noch. Ich sehe, das Jack-Tensor. Ah, den brauche ich gar nicht. Das sehe ich ja hier auf meinem Hauptregal. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da hinten. Ah, das war so nice. Ah, das war so nice. Ja. Ich kann noch Pussy-Modus machen. Warte. Drei. Zwei. Zwei, zwei. 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 Zwei, zwei. Zwei. dann noch die kleinen rumpfen so nein du nicht aber deine kleinen wie er sich verpisst hat der elendige glaube da hat kein einziger getroffen ja du bist mir erst mal ergab wo sind deine babys wie wenn ich um die ecke blicken könnte weißt du okay mr halk das wäre das steuerung der im steuerung meistens soja das sind doch schon viel besser jetzt widmen wir uns mr halk nummer zwei weiter im puzzle modus würde ich sagen so und wo bist du das geht ja noch so denn dann abgezogen das ist eine unter mir oder ich könnte auch mal die alten dinge überschreiben ah da ist das und zwar was habe ich aufgenommen ich weiß es gar nicht hallo boah hat er gerade einen alt fabriziert oh gott wie fies ok wo ist der rest noch ein halb ok wie soll man das schaffen was wenn ich jetzt da wieder reingehe dann geht der ganze zauber von vorne los oder sind wir erschöpft sind wir fertig ok dann freilich auf das eine leben und wir haben ja noch sieben so 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 Du warst einer von den grünen. Ja, Tuila, wo bist du? Da unten. Ich geh jetzt auch sehr, sehr auf die Energie. Ah, ihr Penner. Weil mir auch die jetzt gefährlich werden könnten. Hat irgendjemand Leben gedroppt? Nicht? Okay, ähm. Ja, was hab ich da oben überhaupt? Ach, der ist immer der noch. Das gibt mir Energie. Ich brauch wieder Leben. Das war viel davon. Ah. Das war doch der erste Raum. Jep. Ich weiß noch nicht, das Level vorhin, das war so... ...nicht gemein. Und das hier... Oh Gott. Kiw. Ah, man muss doch wieder nötig sein. Der ist ja der Generator wieder dabei. Der ist ja der. Okay, das war ja... ...woah, das war die Tür. aber wollen einen einweg generator kenne ich so gar nicht die blauen haben wir auch noch nicht Oh, fast in die Lava. Nur, nur, nur gut. Au. Ja, wir haben ja noch ein paar Leben. Aber jetzt spielen wir vorsichtig. Generator bleibt stumm, Generator bleibt stumm. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, da haben wir so ziemlich alles zurück. Hinter der Tür ist glaube ich nichts gelandet. Volle Leben sind immerhin volle Leben. Und in 17.000 Punkten gibt es schon wieder eins. Oh, oh. Ähm, okay, nein. Das war ein zweiter von Döpfeln. Okay. Okay. Keine Falle? Nope. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das hier hinten schon? Ne, das ist was ganz anderes. Da sieht da was rotes drin. Das ist ein halb. Ne. Das sind solche Typen. Spiders. Ne, das sind so eklige. jetzt brauchen wir ja eigentlich nicht mehr ich sollte vielleicht nicht die guten raketen hier verschwenden ja genau das habe ich mir gedacht ohne babys ich weiß ein ganz ganz seltsame verhalten auf die typen da hinten ist doch ein halb oder irgendwelche anderen roten pixel naja ja er kommt aus aber nicht schlecht für seine begegnen na hallo ja genau okay die waren da irgendwo hinter mir war ne gut ja 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 in die lava dann werde ich jetzt mal noch nicht speichern ach komm scheiß drauf ne da hinten gibt es noch mehr von denen wenn ich das habe sollte ich gut sein vielleicht da wäre noch leben gewesen okay ja du noch mein freund sagen wir noch keinen weiteren von denen sind äh wieder 37 naja hab ich nicht leben gesehen aus dem augenwinkel doch naja ich idiot ja ich vollidiot sogar die läd hast du halt ich gerne zum steigen verwende was ich vielleicht nicht tun sollte ich bin doch nur leicht angeschwankt in diesem level schon einer an der ausgang umgeben von noch nichts auf links da kann das ist es du du Die 45 Lebenspunkte sind weg wie nix leider. Auf welcher Schwierigkeitsstufe spiele ich nochmal? Und die blaue, die war auch nicht da, sondern auch nicht da. Ähm, dann unten. Ne. Okay, ich werde das mal ganz kurz, ähm, das nicht, das hier aktivieren. Wenn ich das Schiff einigermaßen selbst ausrichte. Krillers, oh Gott, ich hasse die Typen. Und so ne Plasmatype auch. Frisch diese Homming Missile. Was war das? Ah. Na gut, könnte ich eigentlich auch mal bringen. Gerade bei den Kollegen. Au. Na, na. Na, na. Okay, die Gelbe. Nichts Fieses passiert, okay. Gute Frage, wo hatten wir die Gelbe? Ähm. Und jetzt sind die, da sind noch irgendwo drei Geisen versteckt. Ah, da oben. Ganz oben. Okay, und die versteckt euch. Ja, vermutlich im roten Bereich. Mhm. Okay. Wie ich mich jedes Mal erschrecke, weil ich dachte, da kommt ein Driller, wenn diese blöden Türen zugehen. Oh nein. Was machst du nicht? Den Generator wieder aktiv. Ja, danke. Das nächste Mal rush ich direkt durch. Ähm. Ne, das war in dem Raum, oder? Ah, fuck. Mhm. das Generator Fick dich wirklich einer von euch kleinen Mixern ja die Wäden sieht super aus ja die Wäden ja die Wäden ich habe übrigens wieder meine 7 Leben habe ich gar nicht mitbekommen aber bei jedem ich glaube 50.000 Punkte muss man machen und dann kriegt man wieder eins dazu ok ja genau ich dachte das ist nicht dieser Falle das heißt ich dachte ich wusste es aber ich habe übrigens wieder meine 7 Leben und ich habe jetzt gerade die Rakete verschwendet ja nein nein das nicht ok danach einfach zurück geht nicht oder bin ich zu lange ich bin auch schlecht so warte was das glaube ich euch auf keinen Fall ok ok so einkassen lassen geht nicht das ist gar nicht so wie vorhin war eigentlich schon gut zumindest nicht so schlecht ok 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 und hier und hier ok ok das werden wir gleich mal gucken äh da ist auch noch was wo mag uns das hin führen ähm zu irgendeiner Teufelei oder einfach in diesen raum ich bin das ist Oh, okay. Let's go. Hmm. Oh, 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 oh. Okay. Hmm. 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 äh... nein? auch zur nächsten elendigen Teufelei was ist dahin? da Energie könnte man dort wieder aufladen wo? so kleiner jetzt hat er mich gesehen, müssen wir da überhaupt hin? frag mich wo der hinführt ja genau eine hatte noch loslassen ich drücke Knöpfe... kann man mit diesen Typen überhaupt nicht klar warum auch nicht den Normalenlöser? warum nicht die Plasma-Kanone? wozu auch? dann hier gleich der nächste Kollege aber der ist relativ geradeaus ja, go klar, warum sollten meine zielsuchenden Raketen ihr Ziel auch treffen? ok puh 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 oh so ja, mein Lika ist ein Idiot drin hat das Spiel gerade geladen, wirklich jetzt habe ich einen Grund zum laden ja, das hat gereicht habe ich an der Punktzahl gesehen so sonst noch vielleicht links und rechts auch hier einer ja danke guh der ein der Okay. ich seien einfach voll um die ecke zirbeln und meine, dass sie scheiß machen oder ich bin tot. Ich werde wieder voll mit dem Laser behaken, wie den vorhin. Hallo? Ich habe doch einen abgefügt. Mist. Okay, so weit so gut. Ähm. Ah doch. Okay, das ist, äh, interessant. Genau. Und hier waren ergo, äh, weiß ich noch nicht. Aber vermutlich geht es da lediglich in diesen Gang. Und für den Fall das nicht. Das ist nichts böses. Oder? Oder. Das ist ein Spinntipp. Scheiße. Äh. Ahh, das ist eine. Oh. Oh. das ist die beste rakete im ganzen spiel nach die verheerungste für mich selbst bei der weg kann das mal demonstrieren wir haben wir hinten auf die tür der druckwelle werde sie mir auf sparen anfänger fliege ich schneller als fucking laser munition ich bin froh dass die anderen keine türen öffnen können alles klar dann gibt es noch den den oberen gang ich erst habe jedes mal innerlich wenn eine von diesen türen zugeht okay davon habe ich eigentlich die energie danke hätte ich aber auch vorher aufwählen können nichts der top wir sind interessantes level design diesmal so jetzt muss ich hier durch die gelbe wieder hinaus und dann da unten zur roten hin hier wäre sogar noch nein das ist der ausgang dieser angefangene gang hier will noch eine tür nach oben oder ist das der ausgang ich werde jetzt etwas unvorhergesehenes tun hier habe ich das spiel nämlich begonnen das level einfach finger weg von der lehrtaste und alles wieder aufnimmt und wie sieht das jetzt aus generatoren immer noch nichts okay ihr seid die typen aus dem generatoren aller reinen punkt das ist ja das ist ja höchst interessant das ist ja schönen guten abend kiki wunderschönen guten abend wie geht es dir ein gutes stück weiter unten gutes stück weiter unten kaputten schaffen und selbstsam überlegen auf training gehen ja oder nein das musst du wissen nein das ist nicht der ausgang sondern tot und verderben auch keine geheimtüren ok hier wäre einfach noch eine spread feier versteckt gewesen k- be surprised runde lavaserfenager ihr seid und bleibt tot ja gibt es auch keine secrets geheimtüren irgendwas da oben sind wir bereits hier oben wird auskommen genau M, M, M. Ja, genau. Okay. Zeigt, was hier denn. Boah, Drillers. Von allen Packungsseiten, okay. Erstmal gucken. Ah, das Rott ist auch lauer. Ja, das weiß ich eigentlich als langen E-Register. Das ist ja ein Driller. Okay, hier ist ganz fies einer versteckt. Dann der andere kommt von da hinten. Mehr als einer sogar. Mhm, mhm, mhm. Aber an Drillern war das alles. Da ist noch sowas. Ja, ja, ja. Und abgesehen. Oh, ne. Zwei Rote Hux. Okay, wow. Und dann den ganzen Weg wieder zurück. Okay. Ja, das war zu, ja. Ich weichne dem ersten einfach aus und direkt auf den zweiten Zug. Das habe ich gedacht. Oh, oh, das war Unglück. Okay, diese Lebenspunkte waren effektiv verschwendet. An dem Typ muss ich früher oder später vorbei. Ja, klar. Wenn meine Raketen einfach alle an der Ecke hängen bleiben. Wenn du sie entklickst. Gut, gut. Ich fühl's mir wie. Ja, das ist doch genau wie sehen. Ja, nein, ich vollidiotig scheiß. Okay, Kumpel. Ich muss ganz schnell gehen. Danke. Die Hummings, äh, muss ich vielleicht später noch holen gehen. Die schießen einfach verdammt schnell. Ui, 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 ui. Schön das Essen. Jo, Hawaii. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Das Essen ist die wichtigste Mahlzeit, äh, oder so. Okay, was fliegt hier hinten in die Luft? Ohne mein Zutun. Das habe ich nicht genehmigt. Ihr Säcke. Da, schauen wir ihn an. Boah. Ich habe aber die anderen Bösen schon gehört. Jetzt bin ich krass in der Falle. Hm. Okay. Ja, Makoto. Ich habe ihn. Aina weg. Aina da. und ist deswegen deswegen habe ich halt das hier gern aus damit ich so viel späß hier treiben kann das sind vielmehr selber rumtippen aber ich kann noch mal so gut durchkomme ich bin nicht in die nische gekommen verdammte scheiße und immer noch okay erwartet erlaubt nicht wenn er es noch steht da ist ein extra leben ich werde den teufel tun du mir das einfach so holen so kommt da noch mehr oder unsichtbarkeit natürlich nicht öffnen kann 3 und hier bei ihnen nochmal das könnte interessant werden ok da ist der reaktor drin alles klar man muss gerade überlegen wie ich das am besten mache hab die unsichtbarkeit zweimal das heißt ich könnte einmal richtig radau machen aber dann muss ich die ganze zeit vor den verfickten homics aufpassen es sei denn aber dann müsste ich den weg kennen wir warten das ist nicht jetzt ist denke ich ein resultat mit dem ich leben kann noch kurz den weg abliegen zehn ausgang das wird nämlich noch verdammt wackelig meine weite geradeaus und dann alles geht schnell und hier direkt nach oben okay danach spielen wegen was anderes einfacheres er sieht und das warum liegen lassen warum liegen lassen sage ich immer ganz andere sachen sehen ja auch wenn es sich hier zieht und okay finde deine innere balance der drin finde deine innere Fick diese Scheiße gibt es auch noch abartiger das ist so viel als jedes mal schlimmer Schuss 3 dafür dass wir drei Leben eingewiesen haben aber gleich direkt auf der Fettpumpte gegeben davon wir haben den Kontakt verloren mit allen Jubiläen Minen außer Heavy Resistance wir gehen jetzt zur Schwefelmine auf Jupiter das bin übrigens ich MD 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 10 32 ja ja Bis zum nächsten Mal.